Hallöle herzlich willkommen im nächsten part von die doof trottel wieder auf PioPioPilo und iRace also viel spaß das machst du gut Pio, dafür kriegst du ein Eis Pio, du bist scheiße, weißt du das? NEIN! auf je denn du liebst mich, hör auf zu lügen achso hier ach man ey wann kriege ich jetzt dein Apfel? mein Apfel? ja, dein Apfel, den du für uns geholt hast ich hab keinen Apfel du hast doch einen Apfel geholt ich versteh nicht was du meinst PioPilo, du bist wieder verrückt ich will nur einen Apfel, zum Essen nö, ich hab keinen Apfel, tut mir leid das ist aber scheiße ein Gold Apfel? ehhe, PioPilo, nein ich hab leider keine Apfel AHH, Schmerz, lass nach deine Fresse wie komisch denn jetzt wird er hier hoch, verdammte Scheiße jetzt muss ich einen Job in One-Skill machen oh Schmerz 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 ich hab mir keine Spiele gekauft oh ja warum nicht? warum? ich hab mir schöne Spiele gekauft Left 4 Dead 1 Half-Life 1 Half-Life 2 habe ich geholt okay dann noch ein Spiel dann noch ein Spiel die ich grad nicht weiß was das war aha Sonic Forces der ist ja interessant PioPilo ja so dann bau ich mein Haus weiter hier ja Stein 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 ne schau mal was irgendwas wollte ich weiss es nicht hast du den Stream jetzt an? yeah den habe ich jetzt an hast du auch hörst du auch alles gut? na ich hör alles gut dann ist gut der Boy hört doch einmal alles gut dann ist gut wir müssen mal wieder pvp machen pvp gegeneinander oder was nein minecraft ja meine ich ja wieso gegeneinander im team ist ja langweilig hallo das ist gut weißt du warum da gewinne ich immer weil ich dann dich vorschicke dann stirbst du der andere hat schaden ich mache den fertig ist ja immer ein guter plan ich sterbe pilo ja ich sterbe ja ja klar stirbst du mann der werden soll sonst sterben ich nicht du bist scheiße ich lass doch die andere meine arbeit machen das doch besser wieso nö ich werde es auf jeden fall noch ausdekurieren also es sieht gerade noch scheiße aus aber ich werde schon irgendwie schaffen ja ich wollte ach so eine schere von mir ein bisschen bildung bitte dafür kriegst geld weil ich dich daran erinnert habe die lüge ist ein scheiß dreck nee ey ja du kannst mir was du kannst mir mal was können was sind half live 1 wie viel kostet zehn euro die lüge scheiße weißt du das können wieso bin ich scheiße warum ich würde ganz gerne half live 1 haben damit ich das letzte blähen kann und ich bin beinahe hier gestorben würde ich mal sagen ja aber warum ich habe dich doch mal angegriffen ne ich bin aber fast in diese grube reingefallen ich bin schon reingefallen aber wieso ich baue gerade einen keller und weiß gar nicht wieso weil ich bin gar nicht unter meinem haus ich glaube ich nehme hier das hier alter wieviel diorie ich habe auf jeden Fall schon lange kein minecraft mehr gespielt also man muss wirklich jetzt kommen die ausreden wie doch cool muss erstmal reinkommen hier die leute die schnauze ja das könnte ich nicht ja jetzt guckt euch das an dann wird er nur am beleidigen hä stimmt doch gar nicht hast du Beweise ja das ist die aufnahme selber nee doch äh welches level bist du 100 kannst du gar nicht du hast noch nicht mal gegen einen gegampft ich bin level 16 ja scheiße ich bin level 13 na siehst du wieder ich bin stärker aber man muss auch bedenken ich habe mir nur die dinge von dir geklaut was für dinge er hat die level wieso kann ich nicht hoch springen hallo ja wir sind doch hier nicht bei mario hä das ist irgendwie ganz komisch hier wir machen minecraft keine ahnung ich verstehe das nicht ich auch nicht wie komme ich denn jetzt wieder hier hoch wie baue ich mich denn jetzt hier hoch das müsste erst mal reichen ich müsste mir echt hier erst mal eine treppe bauen oder so damit ich überhaupt erstmal irgendwie cool ich erst auf mich hallo hui benutze ich eigentlich immer so viel hallo hallo schwimm doch schwimm doch juhu ich hab mich irgendwie ich bin auch nicht mehr gestreamt halt das ist echt ja warum hast du das auch nicht gemacht ach keine ahnung da fehlt mir echt die laune irgendwie oder obwohl ich richtig richtig bock habe aber ich glaube ich bin einfach nur zu faul oder so du bist faul keine ahnung der boy muss ja keine ahnung einfach zu faul ich möchte auch diesen weißen stein benutzen den du hast pilo nein du musst den anderen nehmen welchen anderen den ante sieht oder granit pilo ich bin sozusagen neuling mein kopf also bei 1.8 gibt es die da auch der pilo glaubst du ich kann mich noch dran erinnern ja das ist schon so 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 lange her so lange du auch nicht das wollen wir sind zwei jahre ne ein jahr mindestens toll ach ja ich wollte eine treppe bauen viele wollte eine treppe bauen ja aber hier eine rolltreppe eine rolltreppe? ja aber doch schon hast du das noch nicht gewusst? soll ich dir helfen? mir? ja mir ist nicht mehr zu helfen nein nein nö oh man das ist aber schlimm irgendwie muss ich aber einen eingang haben um überhaupt hier warte erstmal erstmal muss ich hier was ausleuchten ok darauf kann ich schon mal nix hin warte mal wieviel ein zwei das lama greift mich an das lama greift mich an schn ey halt die schnauze so was hast du denn gegeben? halt doch schon die schnauze nein das vieh das grad hier einfach mal rum stöhnt wie? warte ja das mistvieh da mhm äh was das mistvieh also ach halt doch die schnauze ich will nicht die blumen ich will nicht die kürbisse was für ein haus baue ich grad überhaupt? was baue ich eigentlich mein haus? auf jeden fall glaube ich hier so eine zweite etage irgendwie so keine ahnung ist ja richtig geil ey so erst boah ey nee es gibt ja so eine leiter warte warte naja gibts ja nicht ähm muss ich erstmal schauen warte erstmal alles hier rein ich komm sonst nicht mehr klar mit meinem leben ach lol ist ja geil ey was ich muss einfach nur die ähm items anklicken dann craftet er mir das selber ja klar deswegen ist das doch da ja das wüsste ich ja nicht mein gott ich versuche es doch erstmal herauszufinden aber wieso zeigt er mir keine leitern an ich glaub die webcam ist zu hoch oder ich bin grad zu tief gesunken du bist zu tief gesunken du bist zu tief gesunken dein niveau ist ganz weit unten hm hm jetzt mach mal hier keinen was was sag ich keinen kein stress hier ich mache stress ja du stressmacher hallo ja ich bin der netteste mensch auf der ganzen welt das sag ich jeden tag und es stimmt auch bei mir aber bei dir doch nicht hallo du bist einfach nur scheiße ne natürlich soll ich dir zeigen wie der polierte andesit aussieht ja bitte warte ich komm zu dir ja komm immer mal zu mir weil es kommt ja sowieso keiner haha uuuh du machst ein baumhaus ja sozusagen also ich versuche es äh noch besser auszubauen aua schon runtergefallen toll und wie ich das äh besser machen konnte du hättest dir mal holztreppen hin machen können jaaaa ich versuche es irgendwie das ist polierter andesit mhm warte mal das ist polierter diorit warte mal granit bringe ich dir gleich mhm ok falls ich es hab oder hast du granit mhm warte so polierter granit sieht auch wunderschön aus ne ich hab kein granit hehehehe so warum ist dein bett da unten nicht hier oben und das ist granit weiss nicht ähm was würdest du denn ne ich guck mir nur die crafting 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 dings an ich muss jetzt aber müsste er mir keine leitern anzeigen er müsste mir doch leitern anzeigen ne die musst du erstmal selber bauen hab ich hast du schon leiter ja ah doch hier kürbislaterne aha ok krass das ist echt echt lol das ist so geil ey was denn kürbislaterne ja oder die gibt es schon länger die haben schon ich habe hier die falsche kürbis so so ist es da am besten kürbis guten tag hier ist keiner ah ja ich vergesse immer steam auszumachen wieso weil das nervt was soll ich schreibe wieder leute oder was nee das nicht was so die ploppen immer auf mitten in der aufnahmen das ist das leben oder da muss immer irgendwas reinschneiden eine nackte frau oder so ja das bringt glaube ich richtig viel ja klar das bringt ja ist wahr was willst du in meine kiste ich hab dir was gegeben und was hast mir gegeben leder ein pilo ich dachte du gibst mir was cooles was cooles was soll denn das sein na steine geht nicht wie mache ich jetzt eine falltür wieso willst du den falltür machen ja damit ich hier blumen den lücken kann und wieso hast du hier deine steine nicht weggeräumt welche steine naja die du hier oben gezeigt hast ich dachte die würdest behalten ja pilo mir bringt ja auch ein stein viel ganz viel ja was soll ich denn jetzt dazu sagen soll ich jetzt die steine mit zu mir nehmen bitte oder näher brauchst du nicht hier hat sich schon abgebaut so ähm wenn mal habe ich ja hier was falsch gemacht auch mal so ähm so geht zwei zwei wieso geht das hier nicht ich bin mir sicher ich glaube hier möchte ich denn das wegen geht es nicht pfff mir fällt nichts ein also ich bin irgendwie überfordert ja mir fällt auch nichts ein ich mache einfach und dann passiert irgendwas auch keine schlechte idee wieder glaube ich habe eine idee ich habe hunger pilo ich brauche ein paar set links was denn von den räumen hier dann sammeln die doch mache ich auch jetzt was soll ich dann da machen ich bin ich hab gar keinen was keine setzlinge alles gut runtergefallen du bist ja auch scheiß pilo das liegt nur daran ich habe mich hier erschreckt was sich erschreckt ja wurden ja ich habe dich gerade gesehen im bild und da dachte ich mir oh nein du hast mir im bild gesehen das geht doch gar nicht ja klar deine webcam meine webcam ich habe keine webcam und wer ist denn das komische kind da welches kind ja genau da in deinem stream da ja das ist der kleine pilo ne kann gar nicht sein weil meine webcam ist ja doch gar nicht online meine webcam ist auch nicht online doch nö das sag ich dir 3 so wie viele ich habe jetzt 3 ok jetzt habe ich 4 jetzt mache ich mal was ganz dummes ok mal gucken ob alter und irgendwann irgendwann falle ich hier runter und sterbe keine sorge da du hast ja da geschlafen ich wollte das lach immer ich hier mal zu machen ey das ist ja echt äh ja mach lieber zu wenn ich dann vorbeikomme da sterbe ich definitiv ey dann denke ich das war ne falle und dann ja sieht auch wie so ne falle aus nein so doch nicht ich glaube ich baue mir einen hubschrauber ja 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 ach doch ich hab granit warte ich zeig dir granit das ist eigentlich wunderschön bei deinem haus besser als das weiß warte ich komm gleich ok ja warte ich brauche noch warte dat das geht ja einfach ey was soll ich nee nee ich bin gleich da was soll ich tun ja sieht aber scheiße aus ja 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 dann benutze ich so Pilo warte ich äh guck es dir mal an was ich jetzt mache ja äh was ist ein Eisengolem was ist nein ach so ok mach ich aber Pilo jetzt berückt ich dir das noch ach du machst im baum noch ein baum ja ich bin mir nicht sicher ob das äh gut werden könnte ja ich geh lieber weiter weg sonst sterbe ich noch lois der hoch ja warte ich geh mal unten gucken ganz langsam so ja der ist fast gut nur ein bisschen zu dünn bisschen zu dünn ja der könnte doch ein bisschen dicker werden super mal erstmal muss ich hier mal essen ah weißt du ja doch ich hab ne Idee ich hab ne Idee aber ich brauche aber sehr viel Holz ein bisschen mehr Holz ich geh kurz mal gleich unten da wo die lava ist und guck ob da obsidian ist mhm mach das aber jetzt noch nicht hast du Eisen gehabt Eisen ja ich hab ein bisschen Eisen hatten wir alles verbraucht wie sie posten das ganze Eisen hin ich hab noch Eisen wie viel ich hab nur ein ich hab in meiner Truhe ganz viel Eisen ne hab ich nicht ah doch hier ich hab Eisenerz 141 und äh hier Eisen waren 28 hier kanns nehmen vielen Dank vielen Dank Neue Rezepte verfügbar Pilo, könntest du mir ganz kurz mal helfen? Ne, warte kurz, ich helfe mir selbst. Okay.